Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Fang Gamer. Wir werden jetzt noch das Grabschiff patrouillieren und werden mal gucken, was es da alles noch gibt zu machen oder zu holen und ob sich dadurch vielleicht noch eine Story auftut, die die letzte Episode weiterführt. Die Patrouillen habe ich vollkommen ausgelassen. Warum werdet ihr in den Fails sehen? Lass uns weitergehen. Dieses Gebiet erkundet sich nicht selbst. Die Sensorsignale zeigen eine hohe Konzentration von feindlichen Zielen an. Erinnern Sie daran, dass das Grabschiff nun der Kontrolle der Vorhut untersteht. Na gut, machen wir das. Oh da. Oh da. Oh. 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 Ja, das war recht eindeutig. Ich gebe dem Turm Bescheid. Okay, das Grabschiff ist voll von äußerst wertvollen Ressourcen. Wir müssen uns wohl auf altbewährte Weise bereichern. Okay, das heißt, der Gegner kenne ihn wieder. Boah. Boah. Oh. 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 Ich glaube, wenn ich mir das falschen Vorstelle, da gibt es keine Später. Sammeln keine Scharsplitze ein. Oder muss ich dort weitergehen? Ja, Leute, jetzt seht ihr, warum die Patrouille ein Fail ist. Vielleicht muss ich eben schief aber auch weitergehen. Vielleicht bin ich dauerlich. Ich bin dauerlich. Ich bin dauerlich. Ich bin dauerlich. Oh! Schalenschulte! Schalenschulte! Ich meine, was... Jeden, was ein Zahn wird, können... Oh! Oh! Sammelt alles, nur keine Schalenspritte ein. Oh! 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 Na, Gott sei Dank einmal! Oh! Nein, da werden wir wieder zurückgehen. Schalensplitter 17%, das ist lächerlich. Oh! Ah, da kam ich jetzt nicht mehr zurück. Oder bin ich schon Dank? Geil. Weniger geil. Oh, wo bin ich denn? War ich da schon? Ja, da war ich schon. Fehlt, da war ich gerade. Und ich komme da jetzt nicht mehr zurück. Ich komme zurück. Oh, da kam ich da zurück. Oh ja, ich komme zurück. Ja, Leute. Ja, Leute, was gibt es besseres, als die Folge mit einem Fail zu beenden? Und die Fail-Folgen kommen ja dann auch noch. Also, das ist ein sehr hervorragender Übergang. Also, das ist ein sehr hervorragender Übergang. Das ist ein sehr hervorragender Übergang. Und man kommt nur weiter. Und dann kommt das mal. Und dann kommt das also auf, dann schweb loszuverhaltende RKI. Dann gehts weiter. Weiter zurück. Jetzt ist das Headset verrutscht. So. Was ist jetzt los? Laden? Alter. Hallo. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Geil. Das sieht geil aus. Ah, jetzt gehts. Dadurch bin ich aber keine fucking Shun-Splitter. Oh. Ich glaube, ich gehe mal weiter da. Vielleicht ist das auch kein Ort für Shun-Splitter. Das kann auch sein. Alter, jetzt bin ich da wieder zurückgekommen. Wenn es die letzte Mission so ein Fail wird, dachte ich auch nicht. Oh. Oh. Was ist das? Wieder keine Scharnsplitter. Oh, das war mies. Das war ganz mies. Yes! Yes! Dass man hier keine Scharnsplitter einsammeln kann, das ist doch echt pervers. Scharnsplitter. 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 Tja. Mühsam aber doch! Geht's jetzt doch voran? Boah. Alter, du kleiner Motherfucker wirst dich anlegen mit mir. Du kleiner Motherfucker, hä? Oh mein Gott. Und was hängt das ab mit den Splitter, Alter? Splitter, Splitter Neben fast Oh Oh Ich sage der Stadt, dass wir alles haben Kurzer Dank Oh Ich habe von einem Gefecht zwischen Schau und Kabalen bei dir in der Nähe gehört Schau es dir an und sag mir, was vor sich geht So, es geht doch ein bisschen voran jetzt So, es geht doch So, es geht doch So, es geht doch So, es geht doch mega beschossen Wenn Sie so weitermachen, verarbeiten Sie Ihr Schiff zu Kleinholz Oh Okay Okay Das war super Wo ich dann dort wieder zurückfinde zu den ganzen Patrouille Missionen Unglaublich Oh 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 Fick dich. Da frage ich mich nämlich, wann bei der Patrouille die Mission beendet ist und wann man alles gemacht hat oder keine Ahnung. Fick dich. Ja Leute, ich werde das hier noch machen dann. Und dann beenden. Die letzte Mission war eine schönere als Abschluss. Das war's. 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 Oh. Und da sollen wir jetzt wahrscheinlich wieder ganz rausgehen. Und da sollen wir jetzt noch rausgehen. Nein. Ich bin zu dumm. 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 Oh. 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 Ich bin zu dumm. Oh. Ich bin zu dumm. Oh. Ich bin zu dumm. Oh. 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 Das ist ein Wettbewerb. Gut. Ich habe eine Mission von höchster Wichtigkeit für dich. Ein übles Vieh läuft auf dem Grabschiff herum. Denkst du, du schaffst das? Na dann schauen wir mal, wo der ist. Der Haber-Roni. Okay. Jetzt geht es da wieder zurück. Ja Leute, ich sage es euch nach knapp unter einer Stunde, die Episode ist so oder so. Das heißt, wir werden hier noch diese letzte Aufgabe machen und das dann sein lassen bei der Patrouille. Oder wir binden sich, keine Ahnung. Das heißt, wir werden hier wieder zurück. Leute, wo muss ich da hin? Da rein? Ja. Schön. Da durch. Ja Leute, wisst was? Schauen wir mal, wie es da läuft. Schauen wir mal, wie es da läuft. Na gut, Anführer. Komm her. Ich muss aber sagen, bis jetzt macht man sich ganz gut. Kein Fail bei den Patrouillen. Das war der Ritter. Geilo. Geilo. Muss ich da zuerst einmal wieder irgendwie raus? Das war's? 2 stück sind noch verfügbar ich würde sagen die kann man auch noch machen recht ist mir dann durch die eingeborenen werden unruhig hüter zeig ihnen wer der kuchen und wer der krümel ist und und Wie soll man was eliminieren, wenn nichts da ist? So, schauen wir mal. 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 So, daw erst mal. So, schauen wir mal. Was ist das? Was ist das? Oh... Boah... Wieder Fände eliminieren... Boah... 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 Oh jejeje Oh 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 Das war geil Tja Das lief sicher anders als sie erwartet hatten Und jetzt Noch eine Mission Hüte Bei dir befindet sich irgendwo ein meistgesuchter Feind Schalt ihn aus Ja das werden wir aber nächste Folge machen Auch wenn das eventuell nur eine Mini Episode ist Das bringen wir jetzt zum Abschluss Ich bin der Fun Gamer Destiny wird wieder kommen Mal sehen wie groß die Episode ist Boah So den hat man noch erledigen wollen So Bis dahin Machts das gut Bis dann und Ciao So